Hallo, Urtika, Nesselsucht. Urtikara, lateinisch für Nessel. Ich bin kein Arzt oder Apotheker, glaube mir nichts, mache mir nichts nach, ich äußere hier nur meine Gedanken. Ich hatte solche Art von Beschwerden. Natürlich ging ich zunächst zum Symptombehandler in die Praxis. Er sagte, das kommt vom Maschmittel. Ich nehme zwei Jahre lang schon dasselbe. Wieso sollte es also plötzlich solche Beschwerden daraus entstehen? Er sagte wahrscheinlich, wenn er meiner Krankheit einen Namen gibt, dann hat er mir schon geholfen. Dann schrieb er mir noch eine Creme auf, die ich wie der Knecht der Pharmaindustrie mir empfahl auf die entsprechenden Stellen auftrug. Hat es geholfen? Natürlich nicht. Aber auf dem Beipackzettel stand, die Salbe verursacht Hautausschlag. Lasse. Feuer mit Feuer bekämpfen. Das ist ja wie bei der Mikrobensumpfung. Der Sumpfstoff sagt ja auch dem Körper, mach Corona. Aber sagt er auch dem Körper, wenn er damit aufhören soll, Spike-Proteine zu bilden? Naja, jeder ist selbstverantwortlich für das, was er mit seinem Körper tut oder tun lässt. Aber zurück zur Nesselsucht. Ich stelle mir nun selbst eine Creme her, aus frischer Kamille, Bienenwachs und Kokosnussöl. Zunächst zupfe ich auf die entsprechenden Stellen verdünnte Essigsäure auf. Ich verwende Essig aus dem Haushalt. Dann wasche ich die Stellen wieder ab mit Wasser und trage die Creme auf. Nach einer gewissen Zeit komplettiere ich das Ganze noch mit Zinksalbe, um die geschädigten Hautpartien wieder aufzubauen. Zinktabletten nehme ich noch zur inneren Anwendung. Wenn es geholfen hat, lade ich das Video hoch. Danke fürs Zusehen.